So meine Damen und Herren sind wir bei Rufl 4.0 in Osnabrück. Wir haben jetzt zwei Wachhund'n gefunden, der braune ist blöd, der da und der ist cool! Sehr ruhig, pssst! Ich mach's jetzt. Gipfhötchen! Ist das ein geiler Wachhund? Und jetzt der andere, mach jetzt Scheißhund, sag ich doch Gipfötchen, Gipfötchen Top-Hund oder was?